Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Format. Wir sprechen hier in einem Podcast. Krass, oder? Kein Bild, kein Ton. Es ist eigentlich... Moment, Ton? Ach Leute, es fängt schon gut an. Ich schneide es gar nicht raus. Es ist schon auf dem Tonband. Es ist schon vorbei. Das ist das, um das es gehen soll. Wir machen ein relativ, ich betone nochmal, relativ ungeschnittenes Format, indem ich einfach nur meine wirklich krassen Leerstände, wo ich absolut nichts sage, weil ich sehr lange überlege, rausschneide, aber ansonsten reden wir hier einfach von der Lippe runter. Oder wenn ich vielleicht mal wieder einen richtig krassen Kauderwelsch von meinen Lippen gebracht habe, dann könnte es eventuell auch sein, dass ich dies ebenfalls unterlassen werde. Das Ding ist, Freunde, ich habe hier eigentlich noch nicht mal einen offiziellen Namen für das Ding, weil ich hatte schon mal einen ganz anderen Podcast im Kopf gehabt, den ich schon vor einem Jahr machen wollte. Allerdings bin ich ganz ehrlich mit euch, so einen Podcast im großen Stil zu machen, hat mich schon immer ein bisschen abgeschreckt. Einfach nur, weil ich nicht genügend Themen habe und das Ding eine Dreiviertelstunde aufzuziehen, das ist einfach nichts für mich. Okay? Tragisch, weiß ich, kann ich nichts machen. Aber ich habe eine andere Lösung. Ja, man kann auch einfach sagen, wisst ihr was? Fuck it all. Ich nehme mir sämtliche Dinger weg und versuche eine ungefähre Zeit anzupeilen von ungefähr acht Minuten. Deswegen, ja, alle acht Minuten in der Woche. Ich weiß nicht, ob das am Ende der Name ist oder ob das irgendwas anderes wird, aber irgendwie sowas um den Dreh rum. Alle acht Minuten, so soll das ungefähr werden, dass wir sagen, okay, eine Folge geht acht Minuten lang, das ist so meine Anpeilung, die ich ungefähr habe. Es wird bestimmt mal passieren, dass ich länger werde. Es kann auch passieren, dass ich kürzer werde. Es kann auch passieren, dass ich schrumpfe. Ja, ihr merkt schon, mein Sprachgebrauch gerade ohne Skript ist exzellent und könnte manchmal zu richtigen Freustenversprecher werden und auch zu richtigen Kauderwelsch. Aber ich glaube, das gehört so ein bisschen zu einem Podcast dazu. Zumindest, wenn ich, ja, da einigermaßen richtig informiert bin. Denn jetzt kommt der Kicker, Freunde. Ich höre kaum Podcasts, legit. Also ich habe vielleicht drei Podcasts mal so gehört eine Zeit lang und dann war es das auch. Und die sind auch alle immer zu zweit. Ich bin hier ein alleiniger Trottel, der hier von Mike sitzt und hier Mimamu macht und euch vielleicht mit seiner zärtlichen Stimme vor dem Mikrofon ein bisschen in, ja, ein bisschen die Gänsehaut runterlaufen lässt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es ist eine Sache, die, ja, mit der spiele ich sehr gerne und das mache ich natürlich für euch umso gerne. Und auch da wieder meine Grammatik, mein Deutsch, ich bin Deutsch, voll und ganz, voll die Kartoffel, ja. Aber mein, ja, allgemeiner Sprachgebrauch, vor allem die, ja, die Synapsen zwischen Grammatik und der Sprache, die sind teilweise überlappend. Deswegen kommt manchmal ein, ja, Satzbau zusammen, der sowas von überhaupt keinen Sinn ergibt, dass ich mir sage, holy shit, was hat er eigentlich gerade wieder geraucht, wenn er dann wieder vor dem Mike sitzt und sich dann überlegt, scheiße, was labert er eigentlich da? Nun ja, auf jeden Fall, was soll hier denn hier jetzt eigentlich passieren? Ja, wir werden hier über alle möglichen Topics sprechen, die mich gerade interessieren, zu denen ich gerade kein Zeichenvideo machen möchte. Warum mache ich das jetzt so und nicht irgendwie anders? Ganz einfach deshalb, weil zum einen ich der Meinung bin, man kann es mal probieren. Entweder wir beenden das schon recht bald wieder oder wir beenden das eben nicht bald wieder. Ich werde auf jeden Fall einmal in der Woche versuchen, ein Video tatsächlich damit zu machen, beziehungsweise einen Podcast hochzuladen, hier auf YouTube Music, denn dann könnt ihr das ganze Ding auch eben über YouTube Music abspielen, ohne dass ihr hier irgendwelche Parabeln ausfahren müsst. Das ist ganz easy, ganz gechillt. Und ich werde das eben einmal die Woche machen, sodass ich einmal sage, jo, ich spreche jetzt über irgendein Topic, das mich etwa die letzte Woche beschäftigt hat, das mich vor längerem beschäftigt hat. Blibbladblub, ihr wisst schon, was ich meine. Also sowas um den Dreh herum, sage ich jetzt mal, soll es werden. Und dann peilen wir einfach, wie gesagt, acht Minuten pro Folge an. Es wird kürzer werden, es wird mal länger werden. Wie gesagt, da habe ich, ja, auf jeden Fall immer wieder das Problem damit, dass es nie genau die acht Minuten werden wird. Wenn ich es einmal treffen würde, dann müssen wir die Folge darauf irgendwie feiern. Ich weiß auch nicht. Denn jetzt mal die Frage, wie komme ich denn zu dieser Idee? Nun, manche wissen oder manche merken ja anhand meiner Stimme, irgendwie scheine ich das schon ganz gerne zu machen. Und ich bin der Meinung, es gibt Menschen, die hören mir manchmal ganz gerne zu. Ob ich jetzt Dinge sage, die schlau sind oder Dinge sage, die absolut Banane sind, sei jetzt mal dahingestellt. Ob wir bei Kampf gegen das Spießertum irgendwelche Fragen vorlesen und mir alle sehr gerne zuhören, oder ob es eben, ja, ähnliche andere Fälle sind, bei denen wir gerne über irgendwelche Topics reden und mal wieder über irgendwas sprechen. Wenn mir dann gerne zugehört wird, dann ist das immer wieder amüsant. Und auch wie viele Menschen mich tatsächlich außerhalb auch meines Freundeskreises mich darauf ansprechen, dass sie mir sehr gerne zuhören, finde ich dann doch faszinierend. Ich mache das sehr gerne und ja, manchmal sprechen ist auch ganz toll, manchmal sprechen ist nicht so toll. Und manchmal Grammatik ist nicht vorhanden. Ich bin gespannt, ob sich das in den nächsten Jahren noch verbessern wird. Wenn ich jetzt hier schon von Jahren spreche, muss ich das ganze Stück ganz schön lange ziehen, oder? Freunde, wir stapeln mal nicht so hoch. Ja, wir haben jetzt diese erste Folge mit sehr vielen Nichtigkeiten geklärt und sehr vielen Nichtigkeiten gefüllt. So viel sei gesagt, der Plan ist einmal die Woche. Der Plan ist entweder über Topics zu reden, die mich gerade eben interessieren, das heißt irgendwie politisch oder vielleicht auch nicht politisch, das weiß ich alles noch nicht, oder ja, wir reden über Vögel zum Beispiel. Ich habe nämlich tatsächlich ein ja, Ding schon vorbereitet, weil ich möchte zumindest das mal für, ich sage jetzt mal, ein bis zwei Monate ausprobieren, bis wir zur Winterzeit kommen und ich dann, oder Sommerzeit kommen und ich dann wieder unterwegs bin und vergessen habe, Folgen vorher aufzunehmen. Dann könnte es vielleicht ein bisschen kritisch werden, aber im Generellen werden wir das Ding jetzt erst einmal zumindest für, ja, ein, zwei Mühnertchen, würde ich mal sagen, durchziehen und wenn ich die sinnlostesten Themen der Welt finde und glaubt mir, Freunde, mit dem Vogel, den habe ich zwar nicht abgeschossen, aber das wird eine besondere Folge, die kommt nächste Woche und ein bisschen teasen muss ich euch her, ne, würde ich jetzt mal sagen. Okay, nun denn, diese Folge hier habe ich natürlich vor der anderen Folge aufgenommen, ich weiß nicht, ob ich mich da schon mit irgendeinem Namen erklärt habe, ich weiß ja noch nicht einmal, zu einem Aufnahmezeitpunkt, dieses, dieses Podcasts, ob ich denn überhaupt mit euch, ja, schon, ob ich schon weiß, was da oben für ein Titel drin ist, wenn nicht, naja, dann halt nicht, Freunde, ich kann auch nicht zaubern, das wird auf jeden Fall irgendwas werden und wir finden zur Not noch im Laufe unseres, ja, Daseins eines Podcasts mit Sicherheit einen vernünftigen Namen, wenn euch einer einfällt, ja, sagt es mir gerne, sprecht es rein, haha, schreibt es mir unten in die Kommentare, bewertet das Video, es tut mir so leid, ich weiß nicht, wer sich hiervon noch eine zweite Folge gibt, ganz ehrlich, Freunde, wenn ihr wirklich bei der nächsten Folge mit dabei seid, dann bin ich schockiert, bin ich auch ehrlich, weil diese, dieses, dieses Kauderwelsch hier, das würde sich doch keiner mehr geben, oder, naja, okay, gut, ich sollte aufhören, mich schlechter zu machen, als ich bin, wir werden es vielleicht erleben, wir werden es vielleicht nicht erleben, geht entweder mit auf diese Reise, dann klickt auf den Abo-Knopf, klickt meinetwegen auch einen Daumen nach oben, wenn es euch wirklich gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, gerne den Daumen runter und mir unten reinschreiben, dass ich mich endlich mal beherrschen und soll und mir ein vernünftiges Topic suchen soll, bevor ich einen verdammten Podcast starte, also so Sachen könnt ihr gerne liebevoll unten in die Kommentare schreiben, ich freue mich auf jeden Fall und ich würde mal sagen, bleibt sauber und wir hören uns in einem neuen Video wieder, bis dahin, tschüss, tschau, auf Wiedersehen. und dann begg Couple und dann aber auch